Dynamo TV wird präsentiert von Veldschlösschen. Ja, dass wir ein 3-1 verloren haben und trotzdem, glaube ich, eine gute Leistung gezeigt haben. Aber ja, der 1. FC Köln jetzt wahrscheinlich nicht die Mannschaft ist, mit der wir uns messen müssen. Da kommt nächste Woche eher jemand und da gilt es wieder zu punkten. Ja, ich musste das nochmal analysieren, aber ich denke, das erste und dritte Tor war super gemacht. Also das war einfach, muss ich einfach Glückwunsch sagen, das war die erste Liga-Tore. Das können wir nicht so viel machen gegen die erste und dritte Tore. Also das war vielleicht der Unterschied heute. Aber wir haben einen Pfosten gemacht und das war vielleicht diese Effektivität ein bisschen mehr. Aber ich denke, wir haben trotzdem probiert nach vorne zu spielen. Das war nicht schlecht, aber mit null Punkten können wir nicht zufrieden sein. Ja, wir wollten nie aufgeben. Wir haben immer weiter gemacht. Wir haben weiter nach vorne gespielt, mutig gespielt, vorne weiter drauf gegangen, haben uns nicht versteckt. Und ja, ich denke, nächste Woche Freitag haben wir wieder ein weiteres Heimspiel und da können wir wieder was gut machen. Ja, klar. Ich meine, er hat den Leverkusen ja auch vom Besten gelernt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass er da so eiskalt ist. Er ist ein guter Stürmer, er hat sicherlich höhere Qualitäten als in der zweiten Liga zu spielen und das ist natürlich klar. Aber das ist, ich sage, an solchen Spielern, ja, da lernt man natürlich auch eine Menge. Und von daher ist es jetzt klar, wir haben das Spiel verloren. Wir haben es auf eine, sagen wir mal, sehr blöde Art und Weise verloren, weil wir wirklich dann, glaube ich, auch die Chance hatten, nochmal zurück ans Spiel zu kommen und haben das leider dann nicht geschafft. Aber ich glaube trotzdem, dass man der Mannschaft ein Kompliment machen muss. Weil wenn man hier spielt, auch mit der Kulisse und auch mit dem Druck, den wir ja dann auch haben, weil es ist nun mal ein anderer, wenn man oben steht oder wenn man unten steht, da kann man das, glaube ich, schon anders sehen. Und ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, ich glaube, Helmets hat nicht umsonst, was weiß ich, ein paar Länderspiele gemacht und lange erste Liga gespielt. Er hat halt einen guten rechten Fuß und macht den super, muss man ganz klar sagen. Und Kempe wollte den bestimmt auch machen, aber nochmal, es werden Spiele kommen, wo es darum geht und dann wird ein Reinschießen und dann sind wir alle glücklich. Ja, der Plan war, nach zwei Minuten in der Halbzeit eine Tore zu schließen und danach, ich denke, sie könnten vielleicht ein bisschen Angst haben, das war nicht so klar in der ersten Halbzeit. Und ja, die 3-0 macht sehr weh. Und da haben wir trotzdem sehr schnell ein Tor geschossen. Und ja, die zweite, die zweite muss ein bisschen schneller kommen, ja. Na gut, wir haben zweite Halbzeit, wollten wir wieder, ja, wir haben 2-0 zurückgelegen, wir wollten Gas geben. Ja, schade um die Chancen, wir wussten, dass wir nicht viele bekommen und ja, schade, dass wir die Chancen nicht genutzt haben. Ja. 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 Vielen Dank.